Pallestrinas große Stunde war gekommen, als das Konzil von Trient endlich abgeschlossen wurde. Nun ging es darum, die gegenreformatorischen Beschlüsse, speziell auch was die Musik betrifft, in die Praxis umzusetzen. Palästina war der richtige Mann am richtigen Ort. Pallestrinas Musik rettet die katholische Kirche. Salva la Chiesa! Pallestrinas Musik rettet die katholische Kirche. Pallestrinas Musik Pallestrinas Musik Pallestrinas Musik Pallestrinas Musik Pallestrinas Musik